Untertitelung im Auftrag des ZDF Es ist ja viel länger für das Damals, wenn wir erst ein Auto holen und dann bekommen. Ja, aber wenn du da drinbleiben würdest... Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier im Intercity der Deutschen Bahn nach Stuttgart. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ja, das ist der erste Mal. Ja, ich bin gleich noch ein bisschen. Warte! Einen schönen Tag! Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen. Ja, das ist der erste Mal. Ja, das ist der erste Mal. Ja, das ist die erste Mal. Da ist das Problem, ob wir uns aufwärts sind. Das ist das, was wir machen. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank.